hallo schön dass ihr wieder dabei seid ja meine rindersalamis müssen noch etwas reifen deswegen habe ich jetzt hier das schinken video vorgezogen der wird im rollbraten netz gemacht dazu brauchen wir ein schönes stück schinken braten bisschen fett dran und dazu kommen 32 gramm pökelsalz das wird zu salzig auch nicht so lasch dazu habe ich treu sie von spanien mitgebracht so garten kräuter genaues rezept wie man unten in der beschreibung zu finden kommt noch ein bisschen pfeffer dazu bisschen knoblauch in pulverform ich möchte keine rohe zutaten weil das kann den schinken verderben übrigens die gewürze sind all aus tschechien und dieser paprika der ist wirklich ganz klasse das ist ein süßer paprika da kommt noch ein bisschen was dazu so dann habe ich noch ein eimach gewürzt das alles mögliche drin senfkörner dildsamen koriander wacholderbeeren haben wir ja schon ein paar melken lobeblätter aber auch schon dann chilies und piment könnt ihr bei mir im amazon shop erwerben so den schinken vorher ein bisschen mit kaltem wasser abwaschen das ist sogar gut wenn er so nass ist dann haften die gewürze auch gut dran sondern dass das pökelsalz er müsste es in ritzen und kanten überall gut einschmieren das ist sehr wichtig weil das sind diese stelle wo er schinken schimmeln könnte können doch den schinken vorher bisschen zurecht schneiden dass es schön aussieht aber ich mache es meistens so wie er gewachsen ist auch die schwarte gut einmassieren ich mache es auf dem backblech hier da habe ich den wenigsten samurai und es geht ruckzuck das dauert eine viertelstunde höchstens 20 minuten und dann ist es schon fertig also schiebt das ein bisschen an die schwarte und drückt dass da alles rein so gut wie es geht wenn er eingeschnitten ist auch hier in die ritze ein massieren so besser das macht um so sicherer seid ihr mit eurem schinken da passiert überhaupt gar nichts seht ihr so wie ich das jetzt mache unter die schwarte schön einreibe dann ist das richtig gut ich zeige euch wie ich das mache und ich habe bis jetzt bei 50 schinken immer glück gehabt da war keiner dabei der schlecht geworden ist oder geschimmelt hat oder sonstwas also mehr jetzt salz dann die gewürze so behalte ich das bei als nächstes tue ich dann den schinken mit den gewürzen und allem einreibe also gut einreibe was daneben fällt das könnt ihr noch alles noch mal zusammen kratzen und dann kommt das mit in den beutel rein also übrigens ich habe auch zwei drei schinken gemacht das könnt ihr dann auch am schluss sehen aber ich zeige euch jetzt nur dieses teil so und jetzt habe ich noch ganz frischer knoblauch der ist jetzt aus frankreich weil wir wohnen ja gerade hier fast an der grenze und das immer lecker dazu dann schneide ich einfach in der mitte durch und so kommt er dann dazu so ich habe diesmal so ein gefrierbeutel genommen ab den schinken dann hinein verfrachtet und dann halt die restliche zutaten was da noch so rum fliegt alles dazu gemacht so und schon sind wir dann beim vakuumieren ich weiß die beutel dann immer zweimal zu für mich ist es sehr wichtig wenn eine naht aufgeht oder nicht richtig zu ist dann läuft euch die brühe in den kühlschrank also das mit der plastiktüte ist jetzt optional das können wir machen wie ihr möchtet bei mir war es jetzt eben so der hat zu viel wasser gleichgezogen und da gibt es dann immer probleme beim zuschweißen deswegen habe ich jetzt noch mal ein frierbeutel genommen habe ihn da eingepackt und habe ihn dann verkehrt herum in die tüte rein gesteckt so kann ich den dann am besten vakuumieren so also pro zentimeter durchmesser ein tag pügel im kühlschrank für so ein kilo meistens zehn zwölf tage bei mir sind es meistens 15 oder 20 tage ich mache das so wenn ich zeit habe dann mache ich das das sind meistens 15 20 manchmal ist sogar länger da kommt jetzt bei fünf grad im kühlschrank wenn er dann wieder mal im kühlschrank kommt beim bier hole bis sie drücke die schinke damit die flüssigkeit sich schön verteilt und er das auch schön aufsaugen kann dann ist es super so dieser war jetzt ungefähr 15 tage habe ich mal extra so eine bürste zugelegt weil das werden die merke wenn ihr das abwäschend tut das frisst sich so rein die können alles die wachholter werden hauptsächlich das kriegt man mal nicht raus deswegen so eine bürste oder lässt sich das gut abwaschen das solltet ihr auch sehr gut abwaschen weil das sehr salzig aus ist seit neuestem gehe ich mir hin du den schinken noch mal für eine stunde in kaltes wasser lege somit bin ich ganz sicher dass das äußerliche salz auch weg ist und mit kalten wasser abwaschen danach sollte der schinken schön trocken sein also umso trockener ist umso besser ist es wasser ist immer bakteriewachstum und deswegen soll er richtig gut trocken sein und ich habe da mal hier meine eigene methode entwickelt und das könnt ihr gleich sehen das ist immer schlecht wenn der schenke mit wasser ist und dann verdirbt der schenke überlegt mal das jetzt nicht ganz trocken in der ritze und kante das kriegt er nie ganz raus dann hängt er den keller und dann fängt das dort an zu schimmeln und geht kaputt deswegen gehe ich hin und dem hier mein trockenautomat ich habe jetzt so der in gourmet max da laufen auch videos der hat eine trocken stufe dabei da gehe ich einfach mal ich sage jetzt mal 20 minute oder 45 grad passiert überhaupt gar nichts der trocknet nur dann ist der fast trocken also zehn minuten auf einer seite und zehn minuten für andere seite dann ist der perfekt anfangs habe ich ausprobiert mit 30 grad ist bisschen wenig aber 45 grad ist eigentlich so die beste temperatur und ja probiert es einfach mal aus ist was gutes also wie schon gesagt es gibt ja ein schinken rollbraten netz dazu möchte ich sagen das einpacken des schinkens in einen rollbraten netz ist tatsächlich eine sehr gute methode um ihn gleichmäßig zu pökeln und die struktur durch das netz wird der schinken gleichmäßig geformt was das eindringen der pögel mischung erleichtert und dafür sorgt dass das fleisch eine schöne kompakte festigkeit bekommt aber das nur wenn ihr das mit vagumiert ansonsten bekommt das fleisch eine kompakte festigkeit und verleiht ihm eine ansprechende optik wenn er fertig ist also probiert mal aus nachdem ich den schinken aus der trockenstufe rausgeholt habe tue ich ihn trotzdem im keller hänge ganz normal wie sonst auch und tue ihn ungefähr für nummer fünf bis sieben tage trocknen jetzt kommen wir schon zum räuchern also ich habe jetzt hier ein sparbrand benutzt 0,4 bis 0,1 millimeter da habe ich jetzt noch kleinere stücke mit geräuschert wie schon erwähnt am anfang und habe das dann für zwölf stunde abgequalmt mehr kann dann tag zwei paus machen kann dann wieder räuchern umso öfter er räuchern tut umso haltbarer wird da umso weniger wird dran kommen also länger ist besser wie so kurz und wie gesagt er hat jetzt ungefähr zweimal zwölf stunde 24 stunde der ist schon für mich eigentlich sehr gut ja dann haben wir hier ja schon das ergebnis können wir jetzt mal sehen jetzt erst entferne ich das schinkenetz das ist auch gut da kann man es gleich mit aufhängen also das anschlaufen wäre dann auch unnötig gewesen und wir können die dann auch so aufhängen und wie er sieht sieht super aus gritten kriegt eine super form und wie schon erwähnt ich glaube es war ein bisschen undurchsichtlich er können das auch mit war gummieren also mit pökeln dann wird er wahrscheinlich noch eine bessere konsistenz bekomme das wäre das nächste projekt sein dass ich mache und ja dann wird wahrscheinlich noch fester werde und vom anschnitt noch besser also schaut euch an wie klasse der wieder aussieht noch mal kleiner anschnitt vom kleiner er sieht es sieht auch gut aus das war so ein stück was ich weggeschnitte habe das schöne form kriegt und da gehen wir mal dran zum anschnitt an der große und gucke wie der aussieht wie ihr sieht ich war das jetzt schon ein bisschen hart dann hatte ich jetzt noch mal eine woche im keller hängen gehabt wenn man zum sage jetzt mal durchbrennen und trocknen umso länger den ihr trocknen lässt umso mehr wasser verliert umso haltbarer wird er auch also so sieht es wieder aus wie ihr seht er hat eine tolle form gekriegt der ist schön fest hat noch schöne farbe ich sag's euch der war wirklich auch richtig lecker gewesen wenn ihr es erkennen könnt in der mitte hat er so ein ganz leichter heller platz es kann möglich sein dass er da nicht richtig durchgepökelt war kann ich mir eigentlich schon vorstelle bei 15 tage keine ahnung was das war seid mal gespannt vielleicht schaffe ich das noch mit der rind der salami sonst muss ich noch mal ein video vorziehen und ja dann sage ich mal wieder tschüss bis zum nächsten mal tschau tschau